und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von wollte ich doch das american talk simulator sagen meintest so klar wo kommt das p her wolken aktiviert folgende menü genau hier haben wir das so wolkenradius das heißt erweitert erweitert grafik 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 und dann wollten da habe ich noch falsch erweitert erweitert und dann gibt es hier grafik ja okay so wolkenradius das ist glaube das ding radios des wolkenbereichs einheiten von alle genau das ist die sichtweite radios des wolkenbereichs ist glaube die die sichtweite bis wohin wir wollten sie sehen gut da hier ab 26 umfällige komischen sachen auftreten machen wir es noch auf 26 so block animation desynchronisieren whatever warum kann ich hier temporäre einstellungen einstellen wenn die einstellungen eh nur temporär sind diese bezeichnung gemacht keinen sinn okay ja gut ich konnte doch bei den folgen auch einstellen auf welcher höhe die angezeigt und so ein scheiß oder muss ich das direkt im game machen und ist es eine game eigene einstellungen eigene einstellungen kann natürlich sein weil interspiel kann die wolken auch manipulieren jetzt gibt es diese weise mod die denn halt auf wetter reagiert dann kann es natürlich sein dass man das nur bei meintes selbst einstellen kann oder auch nicht sagen wir mal are you fucking kidding me ich wusste doch dass ich also ich weiß dass ich früher irgendwie mal die wolken einstellen konnte wolken 3d wolken wird menü wird radios in der bewerber und was ernsthaft grafik grafik digamos wie ist mit dass ist ein klientseitiger effekt also musst du wahrscheinlich hier hingehen aber gibt es auch nicht mit wollten also damit ihr wisst was ich machen wollte ich wollte einfach mal die wolken zum einen etwas höher setzen dass sie halt so ungefähr auf offener höhe von 1000 blöcken sind was so auch der realität nahe kommt weil ein block ist ja ungefähr ein meter und die unterste wolken schicht bei uns in der realität fängt für glaube bei so um die tausend meter an also bei 3000 fuß was ja ungefähr 1000 kilometer sind ein kilometer also 1000 meter und da würde ich also also wesentlich höher setzen und dann aber auch wesentlich größer machen das dienen weil wenn diese halt ja hoch sind die sind doch sehr fragmentiert das sieht einfach nur aus wie so ein pixelmuster und deswegen natürlich auch die strukturen etwas größer machen und ich habe diese optionen irgendwo mal gesehen aber ich weiß halt absolut nicht wo ich das hier im menü finde weil ich hatte es damals direkt über diese maintest.conf datei gemacht grafikeffekte kein vp keine keine kacke nichts mit ihr alles na gut ja das ist alles was man nicht kann das ist doch nicht wahr Da bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht erweitert, das Zahnkant, Blockblum, V7, gibt Gibt es hier irgendetwas? Auch so skalieren, was ist das denn, fällt ausrichten können, achso, gut, ok, dann war's das, dann mache ich das hier auch wieder auf den Normalwert, der wäre glaube ich bei 12, dann lassen wir es also alles so, dann kann man das scheinbar nicht mehr einstellen, beziehungsweise es gibt halt auch Einstellungen, oh es hat schon beendet, die kann man halt nur über die Konfliktdatei die, die doch halt im Einstellungsmenü nicht auf, vielleicht sind das so eine Einstellungen, dass man die halt gar nicht normal ändern kann, ähm, ja, gut, muss ich mal, dann, mal recherchieren, so, wir sind in der Wüste, Ali, äh, genau, wir wollten da oben drauf, äh, okay, Okay, so vom Nahen, doch, sieht es doch unbegehbarer aus, als ich dachte, gut, wenn wir eh schon hier sind, weiß er was, leck mich, da nehmen wir halt noch größeren Umweg, und geht einfach hinten rauf Das alles mache ich nur, um da hinten in diese eine Höhle reinzukommen, ne, wir sind dumm und total dämlich Jetzt springen wir mal hier ordentlich So, da vorne ist die Höhle, da wollen wir hin Da eben, guck, da ist schon Wolken, die Wolle, das ist halt, finde ich, halt viel zu niedrig Oh, guck mal Wobei, da waren wir schon, ne, das war ja hier der, wie wir da hinten lang gelaufen sind, und wundern Äh, äh, oh, alter Kaum spiele ich drei Wochen lang keinen Mindtest mehr, habe ich den Spring komplett verlernt, was ist denn hier los? Ja genau, hier brennt nichts mehr, ne Truhe sehe ich auch nicht mehr, das heißt, wir waren hier bereits Okay Genau, Lava habe ich auch zugemacht, hier irgendwo ist zwar Lava, aber, ähm, da habe ich, glaube ich, einen Stein drüber gesetzt, oder so Oh, oder auch nicht Der macht jetzt mal einen Stein drüber Ähm, ja, okay, komm, gut, das heißt, der Ende, wir gehen mal weiter da, wo wir eigentlich hinwollten Und essen bei so werden wir was Genau, dann war das zweite Bei dem waren wir auch So, bei so werden wir auch ganz viele Berge, äh, also hier, äh, Schluchten und Zinn Vielleicht kann man auch ein bisschen Kohle finden Ich würde sogar, die kommt, wir gehen erstmal da vorne hin Wobei, sobald wir da vorne einmal runtergesprungen sind, müssen wir wieder den gesamten Weg da hinten hochrennen, ne? Egal, wir machen es trotzdem So, wo war das jetzt? Oh Oh, sieht ja cool aus hier, sowieso von oben herab Man könnte sich hier auf, auf diesen Halb-U, könnte man sich so ein schönes Haus bauen, wenn man so Glasboden einbaut Dann könnte man die Erdzeit so unten, weiß nicht Das ganze Ding mit Wasser fluten und dann Kann man doch schon schicke Sachen machen, also zumindest bis dahin, sonst fließt das Wasser ja rüber Aber man könnte schon so relativ großen Teich bauen, dann Kann man doch schon schicke Sachen mitmachen, also wo ist jetzt dieses Kack-Ding Wo wir rein wollten, was da vorne, ja, ne? Oh, hallo, oh Wir haben bei so wenig kein Bett mitgenommen, ne? Wir können also nicht pennen gehen Wenn es dunkel wird Na egal, wir müssen ja hier eh gleich runter Da können wir auch nochmal schicken Dank zu unserem Haus machen So genau hier war das irgendwo Ich glaube, ich wollte da rauf springen Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher Das war aber, glaube ich, ein Kohlestück, was ich von oben gesehen hätte Und von hier oben sehe ich erstmal keins Oder war es da vorne? Oh mein Gott, ich bin verwirrt Ja, ne, muss schon hier gewesen sein Ja, ne, muss schon hier gewesen sein Ja, ne, muss schon hier gewesen sein Ich bin grad etwas irritiert Oh, ja Was? Wie kann man hier nicht gestorben sein? Doch, das war hier, aber hä? Ah, okay, wow Auf das Ding wollte ich drauf springen Aber da ist doch ein Grasblock drüber gewesen Dann war das doch der richtige Auf den wollte ich mich eigentlich von da umfallen lassen Und dann quasi von da aus mich da rein arbeiten Leck mich doch am Arsch Das ist jetzt deprimiert Das ist doch nicht wahr Ah Oh, ich habe eine Karotte bekommen Jetzt, wo wir welche haben Jetzt nehmen wir auch Karotten von den Zombies Eine Kacke Ach ja, die haben immer noch diese Grafikfehler hier oben Sehr interessant So, das heißt Das heißt Da ist so viel Kohle Ich will unbedingt rein Da Gut, wir gehen jetzt nochmal nach da oben Aber dann gehen wir doch erstmal nach da hinten Da kommen wir ein bisschen so runterfallen Ich wollte mir doch ein Bett mitnehmen Scheiß jemand an Einmal mit Profis arbeiten Wie ist das aus bei zwei Da vorne, ne? Ja Da können wir auch ein bisschen Kohle abbauen Wobei ich da jetzt nicht sehe, wo ganz viel mit einmal ist So So Ah Werte mich doch viel der Dunkel Äh, wo oben, ne? Ja, genau Also immer nach da Und nach da Und nach da Und nach da So 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 Schade Schade Ah Sehr gut Die Motherfucker So Okay Da bricht vor Schreck direkt die Musik ab So, wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir auch ein bisschen Kohle Ah ja Hat sich er voll gelohnt Na gut Tja, jetzt bin ich natürlich durch Euro Truck Simulator und den Milk Truck Simulator natürlich voll verwöhnt, was Sonnenaufgänge uns angeht Und zwar müsst ihr hier ein bisschen Ach ne jetzt weiß ich Ja, ich bin dumm Unten als wir von dem Ding gekillt wurden und mich gewundert habe, dass wir gar keine Leben wieder hergestellt bekommen Obwohl wir doch dieses Goldschwert benutzen Ja eben, nicht wir bekommen Leben zurück, sondern das Schwert wird wieder repariert Das Schwert war unbesiegbar, nicht wir Da habe ich wohl was verwechselt Na gut Wie dem auch sei Ich meine Mit unserem Können Würden wir wahrscheinlich sogar sterben, wenn wir unbesiegbar wären Also Selbst das kriegen wir hin So, hoch hier Los, los Aha Da ist ein bisschen Kohle, aber das nutze ich alles nicht wirklich Wahrscheinlich Wahrscheinlich We need more Oh Doink So, da vorne ist bereits der Aufgang Das ist immer echt krass wie viel Nahrung die das Rennen verbraucht Ich muss dringend wieder springen üben Der Timing hier ist ja komplette Katastrophe So, wir wollten da erstmal hingehen Äh, wo? Da Ne Halt Wo bin ich? Müsste nicht da so ein Tor sein? Ach genau Ok doch, dann bin ich hier doch richtig Dachte gerade schon ich bin falsch Immer diese Rendering Distanz Na Ist schon bei 200 Das Ding ist einfach zu kacke weit weg So, wie sieht es denn hier direkt aus? Hier ist gar nichts ok Habe ich mir erstmal eine schöne Scheibe von abgeschnitten So, hier geht es ganz schön steil runter Ja Öffentlich ist nicht so geil Wo war denn das? Was für da diese Das war hier ne? Genau Das Ding habe ich von nach vorne gesehen Und das hier sieht ein bisschen Äh Hier ist ja gar keine Kohle Da ist ja gar nichts Holy moly Na ja Ist alles nicht mal die Rede wert Geschweige denn das abbauen Da hinten ist noch was Da hinten ist auch noch was Gucken mal ob ich da jetzt direkt hinlaufe weiß ich nicht Aber wir gehen mal da lang Wir gehen dann gleich mal Richtung der Höhle wo wir eigentlich hinwollten Da ist auch Aber hier sind nur so vereinzelte Dinger Hier geht es mir halt so hart auf den Sack hier weg Bamm Easy Kommt Papi Dankeschön So, wie sieht es dann hier aus? Jaaaa Neee Da unten ist was was Aber hier kommen wir nie wieder raus So Nie wieder Bau hier Keine Ausführung Hier ist Sehr süß Schon sind wir hier im Wolkenniveau Was halt super dämlich ist So, was ist denn hier? Hallo Alter Spring Komplett verkackt Ja Hier kommen wir auch nie wieder raus Ähm Mann, 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 Mann So viele Schluchten einfach die Wo es halt keinen Ausland mehr gibt es von Was denn da los? Amandercorm Okay Dann gehen wir doch zu dem Punkt wo wir eigentlich hinwollten Und hoffen, dass wir da Mannigfaltige Kohle finden Und wenn wir dabei auch zu wenig zusammen bekommen Dann gehen wir mal in ein von unseren Höhlen rein Dann gehen wir nicht nach oben, sondern lieber nach unten So, hier war es jetzt irgendwo Hier Irgendwo Ich hoffe, dass ich nicht wieder runterfalle Ähm Das müsste ja denn eigentlich Da irgendwo gewesen sein Ungefähr Warte mal kurz vor den hinten Konnte man es relativ gut sehen, ne? Aha Genau Das Ding da ist es Das heißt Wir müssen Äh Bei der gelben Blume dahin Okay Gelbe Blume Wo bist du? Hallo, gelbe Blume Gelbe Blume Gelbe Blümchen Ja klar Sieht man es natürlich nicht mehr Ach da Ah, hieß ja Äh Gut, dann müsste das ja einer von Da ist zu viel Erde Da ist auch zu viel Erde Ich glaube, dass ist das Ding da, ne? Oh je 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 Oh Gott Oh Gott Ich dachte das ist ein bisschen das Ding da gewesen sein Jaaa, das ist es Perfekt Sooo Und hier müssen wir uns jetzt runterkramen können Genau Sehr geil Äh Gut, von unten sah das Ding ein bisschen größer aus Ist da hier auch bloß so ein kleines Ding Scheiß jemand dann Ich dachte das ist eine richtige Höhle oder so Aber ne ist ja gar nichts Pfff Das ist jetzt ein bisschen deprimierend Und hier ist noch ein bisschen was Immer schon nach unten buddeln Wie man es gelernt hat Wie man es gelernt hat, ne? Sooo Oh, hier sieht man gar nichts Äh, nö Man sieht hier genau Gar nichts, nix Ähm Es wird grad dunkel Das heißt wir platzieren uns mal hier irgendwo unser Bett Hier so zum Beispiel Da können wir auch gleich mal das Ding da aufbauen Und dann machen wir uns mal ein bisschen sesshaft Was? Äh Es ist doch schon Nacht Guck mal wie dunkel es draußen ist Ich sehe schon meine Füße nicht mehr so dunkel ist es Holy moly Gut Okay, solange wir es noch nicht dunkel ist Äh Bauen wir den halt so weiter So, so, so Danke Und dann gleich mal Wobei, ne, brauchen wir noch nicht Ich baue mal wirklich bloß all on demand Oh, das ist aber ne Menge Hey Keine Gewalt hier Ne Menge Gravel Halt Ja Gut, das machen wir anlass Das von dir um abzubauen ist mir definitiv zu mühseelig Ich mach einfach mal so hier Das Das ist ja Was ist denn neig? Das ist ja Quatsache Sie Okay, das ist ja keine kohle alter ein richtiges drecksloch da kommt er nie wieder weg wie wir auch nicht das heißt ja das war ja ein kompletter reinfall hier vor allem kommen wir auch nicht mehr nach oben das heißt es gibt nur noch den weg nach unten gut dann legt man einfach mal so in die wand bauen wird wahrscheinlich auch nichts bringen da kommt halt nix gut na gut dann würde ich mal sagen machen wir die für die folge feierabend und in der nächsten folge geben wir zurück zum haus und guck mal in welche richtung wir laufen um doch noch ein bisschen kohle irgendwo zu finden ja es ist halt sehr deprimiert na gut bis dann